Auserwählt? Ich fühle mich nicht besonders auserwählt. Andererseits, vielleicht geht das anderen Auserwählten ja auch so. Was soll man schon von so einer Prophezeiung halten? Das ist wahrscheinlich wie mit einem Horoskop. Wenn man dran glaubt, dann passt es schon. Wenn nicht, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was immer dran sein mag, am besten wir tun, was man von uns erwartet. Und wo sollte sich sonst ein Hinweis finden, wie wir wieder nach Hause kommen, wenn nicht in der verbotenen Bibliothek? Wer weiß, was wir noch dort finden? Es gibt hier einen Baum, den die Eingeborenen Baum der Erkenntnis nennen. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber ich habe mir fest vorgenommen, mich für unsere Heimkehr, falls wir heimkehren, mit den Schöpfungsmythen diesseits der Tora eingehend zu beschäftigen.